Herzlich Willkommen bei meinem neuen Channel. Ich habe mir was einfallen lassen für euch jetzt zum Thema Versicherung, ein bisschen ein paar Fun Facts mit rein, dass es auch mal ein bisschen Spaß macht, ein bisschen was anderes ist, ein bisschen auch zum Schmunzeln anregt, dass man mal ein paar Fun Facts hat, auch gerade in dieser prekären Zeit. Und deswegen möchte ich euch so ein paar Themen mit rein spielen. Erster Thema wird auf jeden Fall sein, dass wir uns das Thema, wie jeder das auch selber auch lustig findet, Klopapier uns unterhalten. Und zwar ist es ja so, dass viele in dieser Zeit sich wirklich einen Haufen an Klopapier wirklich anschaffen. Das ist sehr, sehr lustig, weil das könnte auch dazu führen, dass entsprechend das zur Rohrverstopfung auch führen kann. Und da sollte man genau darauf achten, welche Klausel man in seinem Wohngebäudetarif drin hat. Das kann dazu führen, dass natürlich Rohrverstopfungen aufgrund der Leitungswasserrohre auch im Wohngebäudetarif mit drin sind oder auch nicht. Und das sollte man definitiv prüfen. Ich zeige euch auch gerne nochmal die Klausel, wie sie halt aussieht in den Wohngebäudebedingungen. Nicht jeder hat sie mit drin. Meistens sind es nur Premium-Tarife. Auch da ist nochmal ganz klar zu sagen, muss man darauf achten, wie hoch sind die Summen, die entsprechend auch nur erstattet werden. Gibt es eine Selbstbeteiligung, ja oder nein. Das sind so kleine Funfacts. Deswegen achtet darauf, dass, wenn ihr irgendjemanden kennt, der sich einen Haufen von Klopapier angeschafft hat, dass er sich auf jeden Fall dann auch diese Klausel mitmerkt. Markiert jemanden gerne, der auch gerne ein paar Sachen ins Klo schmeißt, wie zum Beispiel einen Kugelschreiber oder vielleicht eine Computermaus. Das kann natürlich auch gerne dazu führen, dass man eine Verstopfung hervorruft. Das ist natürlich nicht so schön. Und dementsprechend schickt mir gerne eure Klauseln zu, eure Wohngebäudetarife, eure weiteren Tarife, damit ich die halt dadurch leuchten kann. Damit genau sowas halt ja entsprechend, falls es mal vorkommen sollte, auch dementsprechend abgesichert ist. Ja, das war es schon von mir. Ich freue mich auf das nächste Video.